Hallo und grüß euch zu einer neuen Tischtennis-Einheit von zuhause. Heute spielen wir ein richtiges Tischtennis-Match. Dazu benötigt ihr zwei Schläger, natürlich auch einen Spielpartner, eine Spielpartnerin, einen Spielball, zwei Sessel für das Netz, ein Teraband oder eine Schnur, eine Netzbegrenzung und den Spieltisch. Viel Spaß mit dem Esszimmer Tischtennis. Macht's gut! ... ... ...